Meine Damen und Herren, ich darf Sie zur dritten Einheit dieses Kurses begrüßen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Mythos der Raubkopie. Unsere Problemstellung, was ist eine Raubkopie eigentlich? Sie sehen hier § 41 bis 59c, haben wir uns in Einheit 1 schon angesehen, die Beschränkung der Werknutzungsrechte. Sie sehen hier ein sehr interessanter Aspekt, auch hervorgehoben, § 42 URHG, Urheberrechtsgesetz, die Privatkopie. Und flankierend dazu benötigen wir für den Mythos Raubkopie noch die Rechtsdurchsetzungsansprüche, die wir im Urheberrechtsgesetz finden. Und zwar beschäftigen wir uns zuerst einmal mit den zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten. Sie sehen hier, der Urheber oder der Werknutzungsberechtigte hat nach § 81 URHG Anspruch auf Unterlassung der widerrechtlichen, also urheberrechtswidrigen Werknutzung. Weiters dann auch Anspruch auf Beseitigung, und zwar auch Anspruch der Beseitigung und Vernichtung der Vervielfältigungsgeräte, beispielsweise ein DVD-Rekorder. Und natürlich dann noch besondere Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche hinsichtlich Werke der bildenden Künste. Doch damit nicht genug. Zivilrechtlich bedeutet auch immer Schadenersatz. Ein Anspruch auf Urteilsveröffentlichung auf Kosten der im Prozess unterlegenen Partei, meistens in einem öffentlichen Medium, was durchaus hohe Kosten verursachen kann, und natürlich auch eine entsprechende Möglichkeit der Wiedergutmachung, also Anspruch auf angemessenes Entgelt, beziehungsweise auch Herausgabe des Gewinns nach § 87 URHG. Soweit einmal der zivilrechtliche Bereich, also quasi der Bereich des Schadenersatzes. Weiters haben wir dann nämlich auch noch Ansprüche auf Entgelt und Gewinn, beziehungsweise hat der Schädiger die Rechnung hier zu legen. Der Berechtigte kann weiters auch eine Auskunft über den Hersteller und den Verbreiter verlangen, und natürlich kann hier auch, sehr wichtig, eine einstweilige Verfügung erlassen werden. Was bedeutet eine einstweilige Verfügung? Diese finden Sie im Exekutionsrecht in der österreichischen Rechtsordnung, und hier ist es zu sagen, dass noch vor der gültigen Gerichtsentscheidung eine Sicherungsmaßnahme getroffen werden kann. Zum Beispiel, dass sofort die Nutzung des Werkes zu unterlassen ist. Hier gibt es vereinfachte Prüfungsverfahren, damit man hier sehr schnell zu einem Schutzergebnis kommt. Wie gesagt, damit nicht genug. Wir haben uns hier jetzt mit dem Teil Zivilrecht, Schadenersatzanspruch, auch einstweilige Verfügung beschäftigt. Flankierend dazu gibt es noch strafrechtliche Bestimmungen. Wichtig zu sagen, diese Bestimmungen sind gerichtlich zu ahndende Strafbestimmungen. Keine Verwaltungsstraftatbestände, wie zum Beispiel in der Straßenverkehrsordnung, sondern wirklich über das Gericht, also was wir sonst primär vom Strafgesetzbuch erkennen. Diese Eingriffe nach § 91 Urheberrechtsgesetz sind mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Das ist jetzt der Strafrahmen. Was dann in einem Verfahren herauskommt, ist meist eine ganz andere Frage und hängt auch von vielerlei Nebengründen, also Erschwerungs- und Milderungsgründe, wie wir sie im Strafgesetzbuch haben, ab. Zum Beispiel unbefugte Verwertung, Umgehung des Schutzes von Computerprogrammen oder auch Änderungen von Kennzeichen. Diese sind in § 91 genannt, diese vier Paragrafen. Darüber hinaus gibt es an sich keine Strafnorm. Wie Sie sehen, es handelt sich eben um gerichtlich zu verfolgende Straftaten. Allerdings um ein Privatanklagedelikt. Das bedeutet, ein Privatanklagedelikt, derjenige, der sich in seinem Recht verletzt glaubt, muss dies zur Anzeige bringen. Es wird nicht wie etwa Diebstahl oder Körperverletzung von der Polizei von sich aus verfolgt. Privatanklagedelikte kennen wir sonst an sich eher von so Dingen wie Ehrenbeleidigung oder üble Nachrede. Schauen wir uns dann jetzt nochmal die Raubkopie rechtlich definiert an. Der Raub nach § 142 StGB ist eigentlich die Wegnahme einer fremden Sache mit Gewalt oder unter anderem einer Gefahr für Leib und Leben. Also Raub ist quasi Diebstahl, Wegnahme durch Gewalt. Gut, damit haben wir den Raub definiert. Die Kopie ist rechtlich gesehen eine Vervielfältigung, also gerade keine Wegnahme einer Sache und damit kein Diebstahl. Bereits daraus geht sozusagen rechtlich gesehen der Begriff Raub und Kopie nicht zusammen. Überdies haben wir die Möglichkeit der Privatkopie. Das bedeutet die private Anfertigung einer Kopie zum eigenen Gebrauch. Dementsprechend können wir sozusagen sagen, in a nutshell, Raubkopie als Begriff ist an sich falsch, existiert im Gesetz so nicht, ist auch aus dem Strafgesetzbuch so nicht herausziehbar. Das Urheberrecht sieht natürlich zivilrechtliche und sogar strafrechtliche Konsequenzen und strafrechtliche Konsequenzen nur in sehr einfachen, in sehr eingeschränkten Bereich vor. Darüber hinaus haben wir das Recht der Privatkopie. Das heißt zusammengefasst, eine Raubkopie, die schwer zu bestrafen wäre nach dem Urheberrecht, gibt es eigentlich nicht. Damit darf ich mich wieder verabschieden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das heißt zusammengefasst, eine Raubkopie, die schwer zu bestrafen wäre nach dem Urheberrecht.